Viele Ortschaften auf Gran Canaria veranstalten jedes Jahr ein großes Mandelblütenfest. Die bekanntesten sind Tejeda und Valesquillo, wobei wir uns heute das Fest in Valesquillo ansehen. Dieses Fest findet jedes Jahr am letzten Wochenende im Januar statt und zieht jährlich hunderte von Besucher an. Somit ist es ratsam am frühen Morgen den Ort anzufahren. Angeboten werden handwerkliche und lokale Produkte sowie viel musikalische Unterhaltung. Musik 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 Ja. Musik Jetzt hier und schmecken sie mit platon danke 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 suele de San Lorenzo en el camino de San Lorenzo la luz se apaga el camino es tanque el camino es tanque la luz se apaga la luz se apaga Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020